Wenn man in Europa, in Deutschland, Israel denkt, denkt man, glaube ich, in erster Linie einen Ostkonflikt, israelisch-palästinensischer Konflikt. Und ich möchte ganz deutlich sagen, das ist auch berechtigt, man kann Israel nicht denken, ohne an den Konflikt zu denken, aber Israel ist eben nicht nur der Konflikt. Dieser Konflikt, es gibt viele andere Konflikte, innere Konflikte und mit diesem sozialen Konflikt zwischen Arm und Reich, Preisentwicklungen, Armut und so weiter, haben sich in dem vergangenen Jahr und während des vergangenen Jahres eine Vielzahl von Menschen auseinandergesetzt. Ich möchte bewusst nichts über die Hintergründe im Detail ausführen, denn ich habe auch Materialien mitgebracht in der roten Ecke gibt es zwei Analysen, eine vom Büro Tel Aviv, eine von zwei israelischen Sozialwissenschaftlern. Das heißt also, wenn sich jemand detailliert über die Hintergründe des Protestes informieren möchte, auch mit Höhen und Tiefen, dann ist er eingeladen, einfach da etwas Material auch mitzunehmen und zu Hause zu vertiefen. Und jetzt kann das erste Video kommen. Der Film wurde gedreht im Sommer 2011, vor über einem Jahr. Ich denke, er hat einen recht guten Überblick gegeben über Entwicklungen, über Stimmungen. Wir befinden uns jetzt ein und ein Vierteljahr nach dem Zeitpunkt, als dieser Film gedreht wurde. Der Höhepunkt der Proteste 2011 war genau vor einem Jahr. Wir haben uns als Rosa-Luxemburg-Stiftung natürlich mit der Frage beschäftigt, was sind die Hintergründe der Proteste, wie geht es weiter, was können wir als Stiftung ganz konkret auch in diesem Zusammenhang tun, eine Plattform geben vielleicht, außer Analyse natürlich auch etwas Action. Und da unser Geschäftsführer am Eingang gesagt hat, auch die Tätigkeit der Büros soll ein bisschen vorgestellt werden, möchte ich in diesem Zusammenhang doch über eine Aktivität informieren. Wir haben uns überlegt, ein Jahr nach diesen Protesten wurde angekündigt, wird es eine zweite Welle der Proteste geben, wird es eine Demonstration einer Million, so war es angekündigt, geben. Und wir haben im Juni 2012 eine große Veranstaltung unter dem Thema Activists of the World Unite, Aktivisten der Welt vereinigt euch, organisiert, um zum einen den israelischen Aktivisten, die mit uns zusammenarbeiten oder viele natürlich auch nicht zu zeigen, ihr seid nicht allein. Es gibt internationale Proteste, Israel ist nicht eine einsame Insel und wir haben auch mit Unterstützung unserer Büros in Moskau und in New York Aktivisten eingeladen aus Russland, aus den USA, Occupy Wall Street, aus Spanien und aus Griechenland. Wir haben eine große Veranstaltung durchgeführt, wo diese Aktivisten aufgetreten sind, über ihre Erfahrungen berichtet haben und wir haben diese Veranstaltung eben mal nicht als eine akademische Veranstaltung durchgeführt, Analyse und so weiter, sondern den Dialog der Aktivisten, die gekommen sind, mit den Aktivisten vor Ort versucht zu organisieren, Workshops auch in der Peripherie, Aktivitäten durchgeführt und ich würde sagen, das war sehr motivierend, sehr interessant für alle beteiligten Seiten. Zum gleichen Zeitpunkt, als wir unsere große Konferenz in Tel Aviv durchführten, begann eigentlich die sogenannte zweite Protestwelle. Wie sie verlaufen ist, zeigt der zweite Clip. abs Röke Z cảja von zwei Not 같아요 von zwei Not Tamara von zwei Notizen Ich schüre weiter auf, der Gericht auf! Mer-Hab-�-って-Rab! Ich schüre weiter auf, der Gericht auf! Mer-Hab- Das-Rab! Ich schüre weiter auf, der Gericht auf! Mer-Hab- net-Rab! Mer-Hab-Nette! Ich gehe nach Dahlen über den Anzeige, wir wollen ja gut auf die Plüche. Demoel und diesem Zeug in den minsten Anzeigen, ihr habt hier 13 mettre in die Spanien, die Anzeigen. Ich freue mich, dass ich die Daphnik, die heute Abend kam, und alle, die heute kam, 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 kam. Und wir waren hier, heute Abend nicht nur, weil die Gd-Win-G-Win uns gegen uns kämpft. Und nicht nur, weil die Gd-Win-G-Win uns aufhören, wir waren hier, heute Abend, weil wir hier in diesem Jahr nicht wollen, dass wir uns hier verletzten. Das ist der Kuhl-Eberan-Kuhl-Gaei. Wir sind hier. Musik Wenn Sie beide Filme miteinander vergleichen, stellen Sie vielleicht gar keine so großen Unterschiede fest. In beiden Filmen ist von Revolution die Rede, in beiden Filmen sind vor allem junge Leute auf die Straße gegangen, in beiden Filmen wird die Regierung in hohem Maße in Slogans angegriffen, kritisiert und eigentlich hätte man diese zweite Demonstration, die Ende Juni stattfand, durch Eurus als Auftakt zu der angekündigten zweiten Welle von Protesten verstehen können. Es ist nicht dazu gekommen. Das ist natürlich die Frage, warum und wie geht es weiter. Warum? Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, die hier eine große Rolle spielen. Das hat mit Regierungspolitik durchaus zu tun. Zum einen, weil versucht wurde, wenn man ein Problem hat, es mit Gründung eines Komitees dieses Problem zu lösen, Reformen anzukündigen und so weiter und so fort. Zum anderen aber auch, weil es der Regierung gelungen ist, den nationalen Konsens in einem hohen Maße herzustellen durch die Beschwörung der Gefahr des Iran. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass dieser Zusammenhang hier durchaus eine Rolle gespielt hat und auch eine weitere Rolle spielen wird. Ein weiterer Punkt ist auch das relativ spontane Entstehen der Protestbewegung. Es gibt keine festen Strukturen, beziehungsweise es haben sich auch in diesem Jahr keine Strukturen, keine Organisationen in breitem Maße herausgebildet. Es gibt unterschiedliche Positionen der Führungspersönlichkeiten und die im Sommer 2011 für positiv gehaltene Losung keine Politik. Die Politik bleibt außen vor. Wir konzentrieren uns auf soziale Fragen. Wir sind uns sicher alle einig, das ist natürlich eine politische Frage, aber man hat, man muss gesagt, die politische Prioritätenliste soll verändert werden, aber Fragen, die nicht konsensfähig sind, wie die Haltung zu den besetzten palästinensischen Gebieten, wie die hohen Militärausgaben und so weiter, die werden nicht thematisiert. Das ist ein großes Manko. Möglicherweise wäre die Breite von 450.000 bei der größten Demonstration nicht erreicht worden, wenn man das mit ins Boot genommen hätte, aber auf der anderen Seite wäre, glaube ich, es möglich gewesen, doch klare politische Ziele zu artikulieren. Denn wenn man die politische Prioritätenliste ändern will, muss man natürlich fragen, wie die Satzung Militärausgaben und, und, und mit hineinnehmen. Ein weiteres Problem ist sicherlich auch, dass sich Israel vor den Wahlen befindet, dass gerade im Sommer 2012 jetzt viele der Führungspersönlichkeiten, würde ich jetzt mal sagen, der Protestbewegung sich auch bereits auf den Wahlkampf einstellen, versuchen mit politischen Parteien möglicherweise ihre Ziele umzusetzen. Und das hat insgesamt aber zur Zerstrittenheit geführt, hat auch die Bewegung gespalten. Sie haben im zweiten Video am Anfang vielleicht registriert, dass es eigentlich sich um zwei Demonstrationen handelte. Es war zunächst eine Demonstration zur Gleichberechtigung und Unterstützung von Homosexuellen, wo es eine sehr rassistische, homophobische Erklärung einer Knesset-Abgeordneten gab. Hier wäre es eigentlich möglich, zusammenzugehen. Es gab aber in dessen, an diesem Abend ist das auch passiert, aber in der Folgezeit gab es doch größere Spaltungserscheinungen als Einigungsbestrebungen. Aber, das klingt alles sehr negativ und ich möchte trotzdem sagen, ganz so negativ ist es nicht, denn es ist schon eine ganze Menge passiert in diesem einen Jahr. Das haben wir auch festgestellt bei unseren Workshops, die wir in der Peripherie im Norden Israels Kiryatschmona durchgeführt haben oder in Beresheva oder in der Beduinenstadt Rahat. Es haben sich auf kommunaler Ebene sehr viele neue soziale Initiativen entwickelt. Es wird auf dieser Reise, gerade auf kommunaler Ebene, ziemlich viel Druck ausgeübt. Es wird auch versucht, in die Knesset hineinzugehen mit Organisationen, mit Watchgroups, die also die Politik stärker unter die Lupe nehmen. Aber es reicht insgesamt nicht aus, um tatsächlich eine zweite Welle zu initiieren oder durchzuführen. Ich meine, es ist ein Prozess. Meine Einschätzung ist, dass viele der jungen Leute, die Sie auf den Videos gesehen haben, sei es 2011 oder 2012, diese Erfahrung der Demonstration auf der Straße, diese Erfahrung, dass Hunderttausende skandieren, das Volk will soziale Gerechtigkeit, dass sie das nicht vergessen werden und dass diese sozialen Fragen bei den nächsten Wahlen, 2013 garantiert, doch eine wichtige Rolle spielen werden. Also das mag wie wishful thinking klingen, aber ich glaube, manche Prozesse, sowohl soziale als auch politische, brauchen einen längeren Atem. Es ist etwas angestoßen worden, es wird fortgesetzt und deswegen glaube ich auch, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, es war eine Luftblase, eine Seifenblase, nichts ist daraus hervorgekommen. Aber, noch ein letzter Satz, ohne politische Themen zu demonstrieren, äh, zu thematisieren, ohne sich für political change, für eine politische Veränderung, für einen politischen Wandel einzusetzen, wird es dennoch wahrscheinlich nicht zu größeren Erfolgen führen, weil Druck auf die Regierung ausgeübt von unten natürlich auch diesen Aspekt beinhalten muss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.